In einer schicksalsschweren Nacht schlichen finstere Gestalten durch den Wald vor Amadeus' Hütte. Der soll sich nur blicken lassen, dieser Schuft! Was fällt euch ein? Lasst mich sofort los! Diesmal kommen uns diese verdammten Helden nicht in die Quere. Lasst mich euch eine kleine Geschichte von den Kobolden erzählen, denen wir gerade begegnet sind. Während die Kobolde ihr finsteres Werk verrichteten, kehrten unsere drei tapferen Helden von ihrer Reise zurück. Amadeus, Pontius und Zoya, die Helden des Trine, kehrten nach langer und beschwerlicher Reise endlich wieder in die Heimat zurück. Aller Leute und damit herzlich willkommen zu Let's Play Trine 2 Goblin Menace. Mit dabei habe ich natürlich wieder den Stefan. Ja, liebe Svenja und hallo liebe Zuschauer. Der Kanal von ihm ist in der Infobox verlinkt und wir haben ja auch schon Trine 2, die Hauptstory, miteinander Let's Played. Genau. Und jetzt folgt hier das Add-on Goblin Menace. Ihr habt ja gerade schon die Kobolde gesehen, die die arme Frau von Amadeus gekidnappt haben. Genau. Und ich würde sagen, wir drücken jetzt auf... Ich habe einen Schreibfehler entdeckt! Ich auch, die Helden des Trine sagt er. Genau, da steht aber die Helden der Trine. Ist mir auch schon aufgefallen. Also dann drücken wir mal auf Start. Genau, 3, 2, 1, Start! Jawoll. Wunderbar. Was ist das so schön? Ja. Vogel! Sie kehrten in der Taverne ein, um sich am Feuer zu wärmen und die neueste Kunde zu hören. Oh, der ist bestimmt lecker da unten. Und Kondios, man ahnt es, sehnte sich nach einem großen Festmahl. Wird? Die Helden sind zurück. Und sie haben Durst. Guck mal, Gandalf und Gimli. Ich muss nach Hause zu machen. Ich habe genug erlebt. Ich habe genug von Drachen. Ganz schön leer hier. Wo sind denn alle? Ich habe das Gefühl, dass wir etwas vergessen haben. Mal sehen. Wir haben die Prinzessin gerettet. Wir haben die Kürbisse gerettet. Kobolde! Kobolde! Oh nein! Versteckt eure Kinder! Wir wissen jetzt, was wir vergessen haben. Ja, auf jeden Fall. Oh mein Gott! Guck mal, wir können jetzt wieder beide Soja sein. Ja! Oh mein Gott, du hast alles zerstört. Ja, schau. Ich hoffe, der Wirt zieht mir das nicht vom Gehalt ab. Du kriegst kein Gehalt von dem. Ja, ich habe einen kleinen Pakt mit ihm. Und ich wollte doch nur eine Tasse Tee und Frick. Ich muss hier mal gerade. Du bist gerade verschwunden. Ach nee, du bist unsichtbar. Das ist aber so, als ob du weg wärst. Nein, ich muss nur in der Friendless Offline gehen. Huch, ich bin in dem Menü. Cool, ich habe zwei Fähigkeitenpunkte. Guck mal, der schöne Lichteffekt. Oh, ist das toll. Guck mal. Ja, los, schneller. Oh, Licht. Das sieht wunderbar aus. Das sieht echt schön aus. Oh, ich bin da. Ich bin oben. Äh. Komm mal her. So, ich bin da. Spauend raus hier. Tada. Alle fliehen. Oh, Pontius. Oh nein. Oh ja. Guck mal, da ganz hinten im Hintergrund läuft ein Goblin. Ja, ich sehe. Der böse Buben. Der böse Buben. Was ein Deutsch. Black Knight. Knighten. Knight. Was steht da? Guck mal, hier hängt so ein Schild. Äh, was heißt das? Black Knight. Black Knight. Schwarze. Nein, da steht LN am Ende. Black Knighten. Schwarze. Ja. Hm. Keine Ahnung. So. Bitteschön. Ach, das, das, ja, das, ja. Äh. Äh. Gehucht. Ach, lol. Das Brett ist auch nicht für immer oben. Ah, das machst du hoch. Das Brett hier machst du hoch. Ja, wahrscheinlich. Und guck mal, die ganzen Klubsches, die wir, wir haben vorhin schon einmal gespielt, aber dann hat es auf einmal so geruckelt und das war dann irgendwie blöd. Genau. Ähm, die ganzen Klubs hier. Woh, der Tryon. Der war vorhin aber auch nicht da, oder? Wir müssen die Mangel beschützen. Doch, der war vorhin auch da. Ach, den hab ich gar nicht gesehen. Jedenfalls fehlen hier dann so ein Bar Globles, die wir schon eingesammelt haben. Das ist blöd, aber hier ist nichts zu ändern. Voll die Wombo-Combo. Ja, Mann. Ich beschütze den. Boom. Wollen wir das nochmal so machen wie eben? Ähm. So, wie es eigentlich nicht gedacht wäre. Äh, wahrscheinlich nicht, nein. Äh, ja, ja, doch, kann ich denn jetzt hier? Ne, ich kann, ernsthaft, ich kann keine Leisten bauen. Äh. Sollte ich ja gerade draufhüpfen, du hast es weggemacht. Schon leid, ich hab gerade getestet, ob ich eine Leiste bauen kann. Juhu. So, genau. Und das gleiche jetzt natürlich auch für Madame Svenja. Ich verstehe gar nicht, wofür wir den Glück wirklich haben. Du hast es wahrscheinlich nicht genug ausgebaut. Man muss ja da Fähigkeiten... Ich schmeiß mich bloß nach runter, ey. Man muss ja da Fähigkeitenpunkte investieren, um das dann auszubauen. Ja, schon. Ja, da hab ich wahrscheinlich andere genommen. Wie du. Ich mach auf. Du hast ein Sammlergedicht. Das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Ich find die Gedichte saugeil, irgendwie. Aber gerade war das Katapult gar nicht. Man hätte so ein Katapult bedienen können. Oh, scheiße. Oh mein Gott, ein stilles Wartenwildschwein. Alter, ein Wartenwildschwein. Jetzt kommt hier doch direkt das nächste. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Wo bin ich denn? Ich hab es explodieren lassen. Ach, leu, ich bin ja hier. Ich bin die... Ich hab die ganze Zeit nach links gedrückt, damit ich nach hinten laufe. Ah! Weg mit dir! Was? Wär was? Wär weg? Ich hab so'n Spaß da dran. Guck mal hier! Da! Noch einer. Oh, man ist das Schaden. Oh, ah, 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 die sind fast los. Das ist die Svenja in Ruhe! Ich schütze sie mit meinem Leben! Wir müssten doch eigentlich... Hier lagen überall Flaschen! Guck mal, die Kette! Bääääh! Ich hab grad nicht gefaut. Oh. Äh. Ups. So, von hier aus könnte ich jetzt das Feuer löschen. Wenn du dich da oben drauf stellst. Ja, mach ich. Du. Das war OP. Hä? Ich check's grad nicht. Ups. Ja, einfach drauf stehen bleiben. Genau. Noll! Äh, das hat nicht gereicht. Halt! Nein! Ja, das komplette Feuer geht einfach direkt aus. Ja, sag ich doch! Ja, alter Meile! Komm rüber! Oh, äh, 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 äh. Springen ist auf. Kaste nach oben. Oh, scheiße! Wow! What's that up, man? Ich hab da einen gefangen. Guck mal. Oh, yeah! Guck mal, Leiche in dein Gesicht! Ja, nee, ist klar. Soll ich jetzt hier zum Leichenschänder werden? Und das als Frau? Das ist absolut mein Lieblingsfeature, dass ich das geupgradet habe. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich sehe es. Du kannst auch nicht wechseln, ne? Ich bin da... Ich bin tot. Ist schon okay. Kennen wir ja. Ja, ist gewohnt von... Gewohnt von mir. Ach, dieses blöde Ding hier. Ups. Kaboom! Schwing, Madame! Schwing! Schwingle die Dinge, die das war OP! Scheiße. Äh. Geh einfach weiter, da ist er gleich auf dem Sporn. Oder? Ach, stimmt. Ja, hier ist einer! Geile Meiner! Wow! Das macht natürlich wieder alles kaputt, das ich mal alles kaputt machen muss. Da ist ein Fett, sage ich... Mord mich juck! Jau, 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 jau. Ach, ist schon tot. Ach, ich bin damit gemeint. Schlag dich noch los, schlag dich doch, ich schieb dich zur Seite, du Penner. Da ist ein Brunnen. Sch*** mal, damit hat irgendwas auf sich. Levelaufstieg. Wenn wir, wenn wir... Wie, 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 wie levelt man denn nochmal ab? Ach, quääh! Metallmagnetisierung. Ich hab zwei Punkte. Jetzt haben wir entwickelt sein. Ah, okay. Können sich ein... Okay, das ist ganz cool. Stimmt, ich hab das nicht ausgebaut mit den, äh, mit den Planken. Ah, das kostet vier, das ist ja doof. Dann spare ich die Spare! Ich würde in ihren Boden losen. Ich würde schon... Geil, ich kann eine Vogelscheuche zaubern. Oh, verdammt! Ich glaube, ich mach das hier. Boah, komm mal hier runter, das sieht... Uah! Ach, kosten vier. Ach, okay. Dann warte ich. Hm, was? Ich bin da aus Versehen schon mal den links runter gehüpfelt. Hast du in den Boden rein? Ja. Oh, geil. Yo, scheiße, ich bin Pontius. Ich hab nur ne fette Rüstung an! Pontius kann echt nicht schwimmen. Echt jetzt? Zumindest im ersten Teil war es so, da konntest du mit ihm gar nicht schwimmen. Na gut, mit so ner Rüstung wäre das auch nur logisch. Yeah! Ab geht's! Wuhu! Scheiße, ich geh unter. Wuhu, baby! Dann hol ich mal das ganze Gammelzeug hier. Wui! Autsch! Autsch! Möcht'n wir nicht erst nach Margret suchen, ehe wir die Koboldin sollen lagen? Ey! Die passt schon auf sich auf. Sie spalt einfach Feuer auf jeden, der sie auch nur falsch anblickt. So. Äh, hier unten ist so ein, ein... Ich weiß nicht, wie kann man das irgendwie kaputt machen? Nö. Ne, irgendwie nicht, ne? Moment mal. So, warte mal. Lol. Ich kann grad auch nicht zaubern. Momentchen. Ja. Guck mal! Kiste! Yeah! Ich mach hier mal eine hin, die blockiert dann das Rad, oder? Äh, das könnte gut sein. Ne, das ist doch, doch könnte sein. Äh. Jawoll! Sven, oh nein. Ich mach noch ne Kiste. Nein, nein, brauch nur eine. Passt schon. Ich hab's. Geil. Was ist das hinten? Äh, dann kann ich wahrscheinlich dahinter schwimmen. Ich mach das mal mit der Madame, weil das sieht ein bisschen eleganter aus. wie mit dem Fettsack. Boah, cool. Ich komm, wir bringen es heute. Das ist noch ein Rad. Oh, ich schätze mal. Aua, genau. Oh, okay. Ich glaub, wir sollten hier rausgehen. Ach, was? Gehst du da jetzt grad durch? Klar, wenn schon. Weil ich geh zurück gerade. Ja, gut, ich hab's voll verkackt. Egal. Geh zurück, geh da rein und dann, äh... Ich muss jetzt aber noch wissen, was da drin ist. Ich will das wissen. Da gibt's bestimmt irgendwas. Jaaaa. Versuch's mal für unsere Zuschauer zu ermitteln. Hier ist so ein Wasser, Ding. Ich halte es grad so. Oh, wie geil. Verscheuert hier zu schwimmen ohne Scheiß. Das ist ja so dumm. Jawoll, 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 jawoll. Was ist denn jetzt? Nein, jetzt bin ich hier gespawrt, weil du da reingelaufen bist. Hä? Ich hab nichts gemacht. Ich stand einfach auf der Stelle. Durch das Ding. Ja, irgendwann spawn ich bei dir dann. Vielleicht bist du sogar gestorben. Nein, ich bin nicht gestorben. Nein, nein, nein. Bin gestorben. Es ist total doof da unten zu schwimmen, das ist voll komisch. Ich bin gestorben. Äh... Sonst... ähm... Geil. Geschafft. Yeah. Ja toll, jetzt bin ich hier hinten. Und was ist hier jetzt? Luft. Schon mal zum Atmen. Oh, cool! Truhe, geil! Truhe, geil! Und fett Belohnung. Und da oben ist auch noch was. Ey! So hoch. Und guck mal... Äh? Seltsam. Sonst guck mal rechts oben. Genau da. Da war noch was. Hier hol ich mir gleich. Und jetzt gucken wir erstmal die Truhe an. Genau, geil! Ein Sammler-Gemälde. Sammler-Gemälde! Es geht. Boah, voll geil. Boah, cool. So würde ich gern malen können. Tja. So cool kann ich auch nicht malen. Nee. Das können wahrscheinlich nur wenige. Würd gern wissen, warum ich da, wieso ich da, was was. Ah! Man muss zweimal drauf schießen, alles klar. Das wusste ich nicht. Oder du hast einfach nur ne Stelle, die Buggy war getroffen. Ja, jetzt haben wir aber ein Problem, ich muss noch mal zurück. Du kannst auch wechseln. Wechsel auf Pontius oder so. Dann hast du noch Full Life und so. Niemals! Ich werde es schaffen. Das ist kompliziert. Ja. Wie ich's verkackt hab! Ich glaube, wie du da rumgeschwubbelt wirst. Wie ich verschwubbelt wurde. Egal, jetzt sind wir ja direkt hier oben. Ja, nice. Voll geteatet. Und wie das aussieht, wie das wegschwackelt. Au, 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 au! Du musst mal gucken. Wie das hier aussah. Das hab ich eben gemacht die ganze Zeit. Ein Brunnen! Voll geil, vor allem in beide Richtungen. Ja, ist gut. Okay, weiter geht's. Tauchen! Ich würde gerne tauchen, aber sie will nicht. Hier ist nichts. Hier ist nichts mehr. Hoch da! Hoch mit dir, du Sack! Hoch mit dir, du Dumme da! Nein! 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 Mach ganz viele Küsten! Autsch! 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 Ja, 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 ja! Nein, nein, nein! Welcher bin ich überhaupt? Ich komm nicht einander bei dem... Ich weiß nicht! Ja! Ja! Bitteschön! So, dann halt du mir jetzt mal. Äh... Irgendwie? Theorie... Ja, ich muss ja irgendwie... Achso, ich muss ja... Weiter kann ich nicht. Mein Bärtschirm ist so eingeschränkt. Achso... Oh nein, 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 du musst da... Äh, 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 hoch! Nein, weiter runter! Weiter runter! Ja, das geht nicht! Weiter runter! Na! Ich kann das nicht runter! Ich kann's nur so halten, weiter runter! Das wird's fallen! Das wird's fallen! Autsch! Doch, ich hab meinen Kopf hoch! Ja, ja, ja! Ich seh da doch gar nix! Oah! Ey! Guck, mit der Kleinen geht's noch ein bisschen eher. Wahrscheinlich, ja. Ja, aber ich komm halt nicht drauf, weil die ist zu hoch. Ne, das muss länger fallen lassen. Dann kann ich sie nicht mehr hochkrabbeln. Ich muss hier nur einmal kurz drauf... Ne, das klappt so nicht. Du musst sie fallen lassen. Dann rein! Ach! Das war OP! Ja! Ja, das ist eine bescheuerte Action-Milie! Welches bin ich? Oh mein Gott! Alter, behindert das Aussicht mal! Ah! Guck mal, ich dreh's ganz schnell! Wo bin ich hier? Total sinnlos, aber yeah! Hä? Boah, OP! Nein! Wie kann ich's denn so verkacken? Wie kann ich's denn so verkacken? Okay! Ja, ja, ja! Geh hoch, geh hoch! Jawoll! Nein! Huch! Ich bin oben! Ja, nein! Bei mir wuckelt's schon wieder. Echt jetzt? Hi! Irgendwie nach einer Zeit fängt das, glaub ich, irgendwie an zu ruckeln. Es lief eben alles flüssig. Sehr komisch. Oh! Ich lass mich mal runterfallen. Sehr seltsam. Gut, dann können wir vielleicht nur 15 Minuten Parts machen. Denn dann machen wir das Rätsel einfach. Einfach im nächsten Video, ne? Genau, genau! Dann komm ich nochmal runter zu der lieben Svenja. Ja! Ich hab grad genau ein oder zwei Frames im Durchschnitt. Yeah! Boah, krass, ey! Das ist nice, ne? Ja, Mann! Ah, du bist hier, cool. Ich steh neben dir. Dann machen wir jetzt eine Pause. Ich hab keine Ahnung, woran das liegt. Irgendwie immer nach, nach einer gewissen Zeit... Wir werden gleich mal drüben. Ja, genau. Also dann, äh... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Let's play Trine 2 Goblin Menals. Genau! Tja! Tschüss!